Musik Über Generationen befand sich in der träumenden Stadt eines von Königin Mara Soffs bestgehüteten Geheimnissen. Bekannt ist sie als Riven. Riven die Tausendstimmige. Die letzte bekannte Ahamkara. Sie wurde zur Besessenen gemacht. Und ihr Tod ist dein Auftrag. Endlich bist du hier. Bruder Schlechter. Nachfahren Mörder. All diese Stärke. Und doch bist du nichts als ein Bediensteter für die erwachten Königin. Du könntest so viel mehr sein. Du musst es dir nur wünschen. Komm. Ich würde dich wirklich gerne kennenlernen. Ich würde dich gerne kennenlernen. Ich würde dich gerne kennenlernen. Ich würde dich gerne kennenlernen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.